In diesem Video zeige ich dir, wie du die Frage beantwortest, wie baue ich eine skalierbare Web-Application. Innerhalb dieses Videos werden wir im Frontend Nuxt benutzen, im Backend Strapi und wir werden einen Server konfigurieren mit dem heutigen Sponsor Ionos. Generell wird unser Plan so aussehen, dass wir verschiedene Clients haben, die zum Beispiel auf unseren Server zugreifen. Das bedeutet, sie besuchen unsere Webseite. Auf diesem Server hosten wir dann Nuxt Frontend, zum Beispiel unter deinedomain.de und ein Strapi Backend unter api.deinedomain.de. Beides wird also auf unserem Server gehostet und wir möchten diesen skalierbar gestalten, sodass ihr günstig starten könnt, zum Beispiel mit einem CPU, aber später das Ganze auch skalieren könnt auf mehr CPUs auf einen größeren Server, ohne dass ihr Anpassungen an eurem Server selbst oder auf eurer Infrastruktur machen müsst. Wie das Ganze funktioniert, werden wir in den nächsten Minuten durchgehen. Also los geht's! Das Endste, was wir in diesem Video machen werden, ist die einfache Einrichtung unseres Repositories und mithilfe von Concurrently die Möglichkeit schaffen, dass wir Frontend und Backend gleichzeitig starten können. Das ist das, was ihr hier seht und das wird unser erstes Kapitel. Das zweite Kapitel dreht sich um Strapi, also unser Backend. Wir werden hierzu das Headlist CMS-System modifizieren. Wir werden also einen eigenen Content-Typ erstellen, einen Collection-Type hier oben, nämlich den Post-Type. Wir werden dann natürlich einen Post erstellen und natürlich dafür sorgen, dass wir die Schnittstellen auch verwenden können, also auch freigeben. Das wird unser zweites Kapitel mit Strapi. Das dritte Kapitel dieses Videos beschäftigt sich dann mit der Erstellung einer einfachen Nuxt-Anwendung als Frontend. Wir werden hier einen einfachen Blog bauen. Dieser Blog wird dann so aussehen. Wir werden hier eine einfache Übersicht haben verschiedener Posts und wenn ich auf einen Post klicke, wird hier der Inhalt angezeigt. Nicht wirklich kompliziert, aber einfach zu verstehen und daher leicht nachzumachen. Damit lässt sich viel mehr umsetzen, aber das werdet ihr im Laufe des Videos auch noch sehen. Im vierten Abschnitt dieses Videos kommen wir dann zum heutigen Sponsor und zwar werden wir mithilfe von Aionos einen Cloud-Server betreiben, der uns es ermöglicht, unser Projekt zu hosten. Hier gehe ich einmal komplett durch die Einrichtung durch, sodass ihr wirklich am Ende einen funktionierenden Server habt und das ist unser viertes Kapitel. Im letzten Abschnitt dieses Tutorials gehe ich auf Blacks ein und wie ihr hier Strapi und Nuxt korrekt hosten könnt. Wir werden hierzu zwei Instanzen erstellen, also zwei Domains, eine Subdomain, API. und dann zwei technische Domains, die wir als Beispiel für dieses Tutorial benutzen. Es ist aber kein wirkliches Problem, hier auch eine reale Domain zu verwenden, sofern ihr eine Domain registriert habt oder eine Domain registrieren wollt. Grundsätzlich werden wir hierbei auch eingehen, dass wir Strapi wirklich mal in einer Datenbank hosten und nicht mit einer SQLite-Version, wie es in der Standardeinstellung erstellt wird. Das werden wir heute also machen. Alles, verdienen wir keine Zeit. Legen los, auf geht's, viel Spaß. So, dann legen wir mal los mit dem Tutorial. Ich habe hier ein GitHub-Repository, was ich erstellt habe, ausgecheckt. Ihr seht, es ist noch komplett leer. Das erste, was wir jetzt machen wollen, ist, unser Front- und Backend zu generieren. Hierfür benutzen wir die CLI und als erstes generieren wir hierzu unser Frontend. Dazu benutze ich diesen Befehl hier, wo ich den Namen Frontend als Projektbezeichnung verwende und wenn ich jetzt Enter drücke, generiert Nuxt uns ein komplettes Projekt. Wie ihr seht, wurde alles korrekt erstellt und ich kann das Ganze jetzt mit npm-i und danach npm-run-dev starten und wir sehen hier oben das Verzeichnis Frontend. Natürlich besteht unser Projekt nicht nur aus einem Frontend, deswegen brauchen wir auch noch ein Backend. Das Schöne ist allerdings, auch Strapi stellt uns einen CLI-Befehl bereit, womit wir neue Projekte erstellen können. Dafür benutzen wir diesen Befehl mit der Bezeichnung Backend und erstellen unser Projekt. Hier werden wir jetzt gefragt, ob diese Version korrekt ist, das wollen wir machen und hier werden wir jetzt nach einigen Einstellungen gefragt. Als erstes Quickstart, das wollen wir auch so übernehmen und in dem Moment wurde unser Backend generiert und wir installieren jetzt ebenfalls noch die Dependencies. Nachdem auch Strapi jetzt korrekt installiert wurde, haben wir hier zwei Ordner, einmal ein Frontend und einen Backend-Ordner. Wir können beide Ordner jetzt über die integrierte Terminal in Visual Studio Code öffnen und haben jetzt hier an der Seite zwei Konsolen, einmal mit Backend und einmal mit Frontend. Prinzipiell können wir im Frontend jetzt einfach angeben npm-run-dev, um unser Projekt zu starten. Nuxt generiert jetzt eine Entwicklungsumgebung, mit der wir gleich arbeiten können. Über die Domain http-localhost-3000 könnt ihr auf diese Umgebung zugreifen und solltet jetzt schon etwas im Browser sehen. Im Backend funktioniert es ähnlich, hier benutzen wir diesen Befehl npm-run-start-develop, um unsere Entwicklungsumgebung zu starten. Das Schöne ist, Strapi öffnet jetzt direkt eine Seite in eurem Browser, wo ihr euer Admin-Account für diese Instanz hinterlegen könnt. Das Wichtige ist jedoch, dass Strapi per Default keine Datenbank benötigt, sondern hier in dem TMP-Ordner eine LightSQL-Datei anlegt, sodass jeder mit eurem Projekt direkt loslegen kann und keine eigene Datenbank integrieren muss. Das ist extrem praktisch, wenn ihr mit vielen Leuten in einem Projekt arbeitet oder in einem Jahr euer Projekt neu aufsetzen wollt. Wir werden in Produktion allerdings eine MySQL-Datenbank verwenden, aber dazu später mehr. Das Vorgehen, beide Instanzen nebeneinander laufen zu haben, also Front und Backend jeweils in einem eigenen Terminal zu haben, ist ganz praktisch, aber meiner Meinung nach nicht die Kür. Und das werden wir jetzt anpassen, indem wir einen Befehl vereinfachen, um alles mit einem einzigen Befehl zu starten. So, für die weitere Arbeit in unserem Projekt habe ich auf der obersten Ebene eine Package-JSON erstellt und eine Git-Ignore. Grundsätzlich installieren wir jetzt über NPMI eine Dependency, nämlich Concurrently, und hinterlegen das als Dev-Dependency in unserem Projekt. In eurer Package-JSON sollte jetzt Concurrently installiert werden und wir brauchen zwei neue Befehle. Und zwar einmal Start-Backend und Start-Frontend. Das erste, was in beiden Befehlen stattfindet, ist, dass wir über CD in das jeweilige Verzeichnis reinnavigieren. Also, sobald wir das ausführen, gehen wir in Frontend oder in Backend rein. Im Backend rufen wir dann den Befehl npm-run-develop auf und im Frontend benutzen wir npm-run-dev. Wenn wir das jetzt abspeichern, passiert hier erstmal nichts. Wenn wir jetzt als Test npm-run-start-frontend eingeben und ausführen, sehen wir, weiterhin wird Nuxt wie gewohnt gestartet, ohne dass wir allerdings in das Child-Verzeichnis navigieren müssten. Um uns das Ganze jetzt aber noch einfacher zu machen, brauchen wir noch ein drittes Skript, und zwar den Befehl dev. Und hier beziehen wir uns jetzt auf Concurrently, also das Package, was wir gerade installiert haben. Im Anschluss führen wir einmal npm-run-start-backend und npm-run-start-frontend aus. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier unten npm-run-dev eingebe, starten beide Projekte, wie ihr seht, gleichzeitig, also wir starten das Frontend und auch die Admin-UI von Strapi gleichzeitig. Ihr seht aber, unsere Konsole wird etwas verwirrend, und das wollen wir jetzt noch ein bisschen verbessern. Concurrently ist nämlich so aufgebaut, dass die Reihenfolge der Befehle, die ihr hier aufruft, davon abhängig ist, wie ihr das konfiguriert. Das bedeutet, ich kann über den Namen, zum Beispiel das erste Package, was ich aufrufe, also den ersten Befehl, in der Konsole mit Backend definieren und den zweiten Befehl mit Frontend. Wir wollen aber noch eine bessere Trennung und wollen ebenfalls die beiden Konsolen farblich voneinander trennen. Hierfür benutzen wir den Befehl C, wo wir Cyan oder Magenta als Farbe wählen, Cyan halt für unseren ersten Befehl und Magenta in diesem Fall für den zweiten Befehl. In dem Moment, wenn ich jetzt npm-run-dev ausgebe, sehen wir, dass eine Konsolenausgabe farblich und auch namenhaft getrennt ist und man mehr Übersicht und selber sein Projekt erhält. Wir sehen also hier, dass diese Konsolenausgaben aus dem Backend, also aus Strapi kommen und andere Ausgaben, wie hier oben zum Beispiel, aus unserem Frontend generiert werden. Das ermöglicht das einfache Arbeiten und so kann jeder euer Projekt starten mit nur einer Zeile Code und das ist extrem praktisch, wenn ihr häufig mit einem größeren Team an etwas arbeiten möchtet. Damit sind wir aber auch schon am Ende unserer Einrichtung angekommen und machen jetzt weiter, wie wir Strapi für uns nutzbar machen und auf was ihr hier achten müsst. Das ist aber das nächste Kapitel, also los geht's. So dann legen wir mal los mit der Entwicklung von Strapi. Das erste, was wir machen ist, wir starten mit npm-run-dev, unsere Entwicklungsumgebung, wie wir gerade versucht haben, funktioniert das alles auch ausnahmslos. Es sollte jetzt im Hintergrund ein Browserfenster aufgehen. Das Browserfenster sollte jetzt bei euch in etwa so aussehen und euch die Möglichkeit geben, ein komplettes Admin-Profil für eure Strapiens dann zu initialisieren. Ich habe das jetzt mal komplett ausgefüllt und starte jetzt Strapi. Angekommen im Interface von Strapi haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal ein Settings, ein Marketplace, ein Plugin-Tab, Media-Library, dann ein Content-Type-Bilder und eine Content-Manager-Instanz. Hier finden sich unsere Daten. Unter dem Content-Bilder können wir ziemlich einfach neue Content-Arten erschaffen, einfach mit Drag & Drop. Das werden wir auch gleich machen. In der Media-Library könnt ihr einfach Bilder hinzufügen, managen und alles, was Media- und File-Management angeht. Unter Plugins findet ihr verschiedene Plugins, die ihr installieren könnt. Im Marketplace findet ihr auch eine ganze Reihe von Plugins. Wir werden in diesem Tutorial keine benutzen. Wenn ihr hier Interesse dran habt, schreibt das mal unten in den Videokommentare. Unter Settings findet ihr jede Menge wichtige Einstellungen, aber hier werden wir auch nicht ganz so viel machen, weil wir wenig mit der Konfiguration wie E-Mails oder auch Benutzerrollen zu tun haben werden. Wir werden allerdings hier unter Roles einige Einstellungen vornehmen müssen. Prinzipiell ist das aber auch schon alles, was wir unter Strapi wissen müssen, um das zu verstehen, wie wir damit arbeiten. Es handelt sich bei Strapi, wie gesagt, um ein sogenanntes Headlist-CMS-System. Das bedeutet, wir erstellen uns jetzt Datentypen, die wir im Frontend konsumieren können und die kein eigenes Frontend mit sich bringen. Was das genau bedeutet, werde ich euch jetzt einmal veranschaulichen. Wir wollen ja später Posts erstellen. Hierfür erstelle ich mir jetzt einen neuen Collection-Type und diesen Collection-Type nennen wir einfach Post. Strapi erstellt dann automatisch eine API-ID Posts im Singular und Posts im Plural. Wir haben hier unter Advanced Settings die Möglichkeit, auch Internationalisierung anzumachen, also dass wir unterschiedliche Sprachen supporten oder eine Draft & Publish Version zu machen, also dass nicht alle Datensätze, die wir erstellen, direkt auch veröffentlicht werden. Für einen Blog lohnt sich dieses Feature definitiv. Internationalisierung unterstützen wir in diesem Tutorial nicht, deswegen erstelle ich das jetzt. Das erste, was wir machen wollen, ist einen einfachen Text und das ist unser Title und das ist ein Short Text und wir haben hier unter Advanced Settings die Möglichkeit, Required zu setzen oder andere interessante Einstellungen zu treffen, wie Minimum und Maximum, ob es ein Private Field ist oder ein Rackings Pattern, dem dieses Textfeld entsprechen muss. Wir erstellen das jetzt und wir haben jetzt unseren Post-Typ mit einem Titel erstellt. Wenn ich das jetzt abspeichere, restartet mein Server automatisch und wir gucken uns mal kurz an, was jetzt im Hintergrund passiert ist. Innerhalb unseres Backends-Ordners wurde jetzt in unserem Source-Ordner ein API-Ordner erschaffen mit Post. In Post haben wir jetzt verschiedene Einstellungen, die automatisch generiert wurden. Einmal ein Content-Type, wo unser Schema.json vorgibt. Wie unser Post aussieht, also die Einstellungen, die wir getroffen haben, sehen wir hier nochmal im Code. Innerhalb des Controllers finden wir die Standard-Funktionalitäten, die ihr hier überschreiben könnt. Also beispielsweise, wenn ihr hingehen wollt und Strapi erweitern oder vereinfachen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, hier Einstellungen vorzunehmen. Auch die Schnittstellen, die wir haben, sind die Standard-Schnittstellen, die eine REST API mit sich bringt, also Get, Put, Delete und so weiter. Und unter Service können wir die auch editieren. Also ihr könntet hier auch noch eigene Custom-Features dieser Schnittstelle hinzu addieren. Wir wollen jetzt aber mal gucken, was Strapi aus dem Haus aus uns bieten kann. Ich bin jetzt hier oben unter unserem Content-Manager und sehe hier meine Collection Post und kann jetzt hier einen neuen Entry erstellen. Hier haben wir jetzt unseren Titel, das sage ich jetzt zum Beispiel mal Test und speichere das Ganze. Hier kann ich das Ganze dann auch publishen oder unpublishen und habe jetzt hier eine Übersicht über meinen Eintrag mit Test. Natürlich besteht unser Blog-Beitrag nicht nur aus einem einzigen Eintrag, sondern aus mehr. Hierzu gehen wir wieder unter Content-Bilder und haben jetzt hier die Möglichkeit, weitere Felder hinzu zu addieren. Das nächste, was wir nämlich machen wollen, ist hier eine weitere wichtige Funktion zu ergänzen, nämlich eine UID, ein Unique Identifier. Und wir hängen hier direkt unseren Title dran. Das Ganze nennen wir Slug, weil das ist die Bezeichnung, die ziemlich gängig ist, um den Titel in der URL einer Seite als Identifier zu benutzen. Und hier erzeugen wir ebenfalls, dass es sich um ein Required-Feld handelt und speichern das Ganze ab. Das Ganze save ich jetzt einmal und ich füge direkt danach weitere Attribute hinzu. Zum Beispiel möchten wir gerne noch einen kleinen Intro-Text haben. Das mache ich hier einfach über Text, Long-Text und nenne das Ganze Intro. Auch hier sagen wir, es handelt sich um ein Required-Feld und speichern das ab. Außerdem wollen wir noch einen Rich-Text haben mit Content. Und auch hier handelt es sich um ein Required-Feld, auch das speichern wir ab. Hierbei handelt es jetzt um einen einfachen Blog-Beitrag. Aber ihr seht schon, wenn man hier guckt, man hat eine ganze Reihe von spannenden Zonen und vor allem auch hier unten Components oder Dynamic Zones, sodass man sich auch Einträge aus dynamischen Komponenten zusammenbauen kann, die zum Beispiel Widgets oder Komponenten in View oder anderen Frameworks identifizieren. Auch habt ihr die Möglichkeit, komplette Custom-Fields zu erstellen, die komplett für euren Use-Case abgebildet sind. Aber auch das wäre ein Feld für ein nächstes Tutorial, falls euch das interessieren würde. Prinzipiell, wenn wir jetzt am Ende angekommen sind, speichere ich das Ganze ab und wir haben unsere Erstellung einfach abgeschlossen. Wir mussten nicht programmieren, alles mit what you see, what you get. Und wir können jetzt unter unserer Collection unseren Eintrag editieren und sehen jetzt verschiedene Einstellungen. Wir sehen jetzt hier, wenn ich zum Beispiel einen Test habe, kann ich sagen Test 1, 2, 3 und kann jetzt hier, wenn ich auf das Icon drücke, meinen Slug neu generieren. Ich kann jetzt auch ein Intro hinterlegen und natürlich Content. Ihr seht schon, Content ist dabei ein einfacher Editor. Wir haben hier die Möglichkeit, das zum Beispiel als H2 zu definieren, hier Text zu schreiben und zum Beispiel diesen Text Bowl zu machen. Auch hier seht ihr, ist einfaches Markdown, also nichts Kompliziertes. Und wir können das später auch so verwenden. Das Ganze speichere ich jetzt einmal ab und jetzt müssen wir überlegen, wie kommen wir denn an diesen Datensatz ran. Ich habe ja von einem Headless CMS System gesprochen und dafür brauchen wir einmal die URL meines Browsers. Wenn ich jetzt in der URL Struktur Localhost und dann den Port von Strapi, also 1337 slash API slash Posts, also den Namen unserer Collection verwende, wie ihr hier auch seht, dann bekomme ich jetzt ein Forbidden. Also ich kann meine API aktuell noch nicht ansprechen, weil wir keine Rechte dafür haben. Hierzu müssen wir in das Rollenverzeichnis von Strapi. Das finden wir hier unter Settings, unter Roles und dann haben wir hier Public und Authenticated. Authenticated ist, wenn unsere Nutzer angemeldet sind. Wir wollen ja aber einen Blog und der ist Public. Das bedeutet, alles, was wir hier machen wollen, sollten wir unter Public erreichbar machen, also öffentlich für jeden. Hier ist standardmäßig alles verneint, also nichts ist erreichbar und alles ist verboten und hier sehen wir schon Posts. Unter Posts wollen wir jetzt Find One und Find All beides aktivieren und wir sehen hier oben schon die Erklärung. Unter Slash API Posts mit der ID bekommen wir zum Beispiel einen Beitrag, aber hier können wir genauso gut unseren Slug verwenden, was wir auch später machen wollen. Unter Find allerdings können wir alle Posts abgreifen. Das Ganze speichern wir jetzt einmal ab und gehen nochmal auf die API-Seite. Auf der API-Seite aktualisiere ich jetzt einfach einmal. Hier sehen wir jetzt unser gesamtes Datenobjekt, direkt vordefiniert mit einer kompletten Pagination und allen Query-Parametern und Filter-Parametern, sodass ihr die Möglichkeit habt, nach einem Slug, Intro, Content oder so zu suchen. Und standardmäßig werden auch wichtige Informationen wie Create-Ad, Updated-Ad und Published-Ad mitgegeben, einfach als Datumswerte. Und ihr könnt auch sowas wie Author oder sowas ergänzen, wobei ich hier empfehlen würde, Vernetzungen zwischen verschiedenen Collections zu erstellen und nicht den technischen Author als Ursprung zu nehmen. Prinzipiell sind wir hiermit aber schon am Ende von Strapi, weil wir haben jetzt eine Möglichkeit geschaffen, unsere Daten, die aus einem CMS kommen, Headless, also ohne ein Frontend zu generieren. Und jetzt können wir uns damit auseinandersetzen, zu überlegen, wie wir diese Daten später in unser Frontend reinbekommen. Allerdings müssen wir noch zwei wichtige Sachen bzw. Einstellungen ansprechen, die wichtig für den weiteren Verlauf mit Strapi sind. Innerhalb unseres Projektes gibt es nämlich einige wichtige Informationen. Prinzipiell kommt Strapi mit einer Reihe von wichtigen Einstellungsvariablen hier unter dem Punkt rnv. Diese Variablen, eure Environment-Variablen, sind essentiell. Und ihr seht hier schon, dass wir einen Database-Bereich haben mit Database-Client-SQL und Database-Filename.temp.db. Diese Informationen werden wir später in der Produktion überschreiben. Hier wird MySQL stehen mit einer Reihe von weiteren wichtigen Einstellungen für MySQL. Und diese Daten müssen wir später auf unseren Server übernehmen. Das Wichtige ist, dass wir nichts machen müssen, um eine andere Datenbank anzusteuern. Unter Config haben wir nämlich die Database.js und die ist vorausgefüllt, standardmäßig für verschiedene Instanzen. Wir haben hier oben nämlich die Möglichkeit, über die Environment-Variable, die standardmäßig SQLite ist, können wir nämlich sagen, dass wir einen anderen Client auswählen wollen. Zum Beispiel MySQL oder hier unten MySQL 2. Also ob wir zum Beispiel mit SSH oder mit einem Passwort zugreifen wollen. Hier unten haben wir Postgres und natürlich ganz am Ende haben wir SQLite. Also SQLite. Wenn wir das machen, werden wir je nachdem eine bestimmte Datenbankverbindung herstellen. Und vor allem für die Entwicklung ist diese Datenbank sehr praktisch, weil sie einfach hier als Pfeil abgelegt wird. Wir können das dann auch sehr einfach vorausfüllen mit weiteren Informationen, dass zum Beispiel jeder Entwickler bei euch direkt Testdaten in der Datenbank vorgeneriert, in dem Moment, wenn er das erste Mal euer Projekt auscheckt, ohne dass eine Verbindung zu irgendeiner Datenbank haben möchte oder in die Gefahr läuft, irgendetwas kaputt zu machen. Das ist sehr praktisch und deswegen würde ich das auch nicht verändern, sondern lediglich in Produktion auf eine andere Datenbank verweisen, was wir auch später machen werden. Das zweite Wichtige, was wir noch besprechen müssen, ist, wir brauchen eine weitere Datei in unserem Ursprungsverzeichnis. Und zwar die Server.js Datei. Diese Datei ermöglicht es uns, Strapi später, indem wir node.server.js aufrufen, zu starten. Hierfür müssen wir diesen Code vorausfüllen. Das steht so auch in der Dokumentation unter Deployment von Strapi. Also das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern ein Copy-Paste aus der Dokumentation. In dem Moment können wir nämlich einfach über node.server.js unsere Instanz starten. Und wie das funktioniert, sollten wir uns einmal angucken. Hierzu habe ich einmal unsere Instanz beendet und gehe jetzt mit cd.slash und dann backend in unser Backend-Verzeichnis rein. Also ich bin jetzt in dem Verzeichnis hier von Strapi und sage jetzt npm run build minus minus production. Wenn ich das mache, dann wird jetzt Strapi im Production-Mode gebaut. Ihr seht, es läuft durch. Und das ist sehr wichtig, weil wir brauchen später die Informationen, um die auf unseren Web-Server zu kopieren. Nachdem jetzt unser Projekt gebaut wurde, sehen wir hier den Bildordner. Dieser Bildordner umfasst alle Dateien, die wir später auf den Server schieben müssen. Und wir können jetzt unseren Server einfach starten über node.server.js und in dem Moment startet unser Projekt. Dieser Schritt ist sehr wichtig, weil das werden wir später brauchen, wenn wir unseren Code auf unsere Plex-Instanz schieben, um dort unseren Server wirklich zu hosten. Und damit sind wir am Ende von Strapi angekommen und können jetzt weitermachen mit der Frontend-Entwicklung mithilfe von Max. So, dann legen wir mal los mit dem Frontend-Part unseres Videos. Grundsätzlich habe ich hier meinen Frontend-Part schon geöffnet und auch die Konsole gestartet. Das erste, was wir machen müssen, ist eine ganze Reihe von weiteren Packages zu installieren. Innerhalb unserer Package.json wollen wir jetzt nämlich einmal unser Markdown installieren, das Package Strapi, damit wir einfach mit unserem Backend interagieren können. Wir wollen ebenfalls SAS installieren für bessere CSS-Toolkits und natürlich hier Vue.tsc für eine bessere Arbeit mithilfe von TypeScript. Hier speichern wir das Ganze jetzt einmal ab. Wir müssen außerdem noch Einstellungen in nux.config treffen. Hier wollen wir einmal dafür sorgen, dass wir TypeScript verwenden können. Und dafür, dass unser Modul Strapi jetzt verfügbar ist, erstellen wir hier ein Modul unter nux.js.strapi. Außerdem müssen wir die Einstellungen für Strapi hinterlegen. Das machen wir über Strapi und dann hinterlegen wir die URL, unter der unser Backend erreichbar ist. Später soll das natürlich über unsere Environment-Variable Strapi-URL passieren. Allerdings in unserer Entwicklungsumgebung, sofern wir keine Environment-Variable definieren, wollen wir unsere Standard-Domain benutzen, unter der Strapi lokal erreichbar ist. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und das Erste, was wir jetzt machen, wir starten einmal unseren Server. Das machen wir über npm run-dev und jetzt startet unser Frontend. Wunderbar, so wie wir das geplant haben. Generell funktioniert jetzt aber noch nicht alles das, was wir haben möchten, sondern wir müssen noch weitere Einstellungen vornehmen. Deswegen beendere ich jetzt unseren Server einmal. Und was wir jetzt nämlich machen müssen, ist dasselbe, was wir auch bei Strapi gemacht haben, nämlich eine Möglichkeit schaffen, unseren Server auch später auf einem wirklichen Server zu starten. Dafür brauchen wir eine zusätzliche Datei. Diese Datei legen wir einfach auf der Ebene unseres Frontends an, nämlich main.js. Und hier erstellen wir jetzt einen Verweis. Wir wollen nämlich einen Inport durchführen auf unseren Punkt Output Ordner, wo wir unseren Server Ordner öffnen und dann hier die Index-Datei starten. Jetzt führen wir einmal npm run build aus und drücken auf Enter. Jetzt wird unser Naxx-Projekt gebaut. Jetzt können wir einfach über Node und dann main.js unseren Server starten, wie ihr seht, auf dem Port 3000. Wunderbar, damit sind wir ready, dass wir später unser Projekt starten können. Wenn ihr also später das Projekt deployen wollt, müsst ihr einmal das Projekt neu bauen und dann kopieren wir später alle Dateien, die relevant sind, auf unseren Server. Aber dazu später mehr. Wir legen jetzt erstmal los mit dem wirklichen Umsetzen unserer Arbeit. Das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir starten unsere Entwicklungsumgebung einmal mit Frontend und Backend. Wenn wir jetzt auf die URL localhost 3000 gehen, dann solltet ihr diese Seite sein. Das ist die Naxx-Standard-Seite, die wir jetzt modifizieren möchten. Hierzu gehen wir in die App.view und löschen das hier einmal raus und erstellen uns hier einfach eine H1. Diese H1 nehmen wir einfach, um hier zum Beispiel Hallo reinzuschreiben, speichern das Ganze einmal ab und wir sollten jetzt hier die URL sehen mit Hallo und nicht mehr die Standardseite von Naxx. Das Ganze können wir jetzt aber natürlich weiter modifizieren und sollten wir natürlich auch. Das Erste, was wir hier machen, ist, wir rufen ein Main-Objekt auf, verweisen auf eine Komponente-Header und rufen hier Naxx-Page auf. Wenn wir das jetzt abspeichern, sollte es aber nicht funktionieren, weil wir keine Header-Component erstellt haben. Hierfür brauchen wir ein neues Verzeichnis, nämlich das Verzeichnis Components. Hier drin erstellen wir uns eine Header.view und innerhalb dieser Header.view erzeugen wir uns einen Header mit einem Link auf unsere Startseite, wo wir eine Art Logo generieren. Was ich in diesem Video relativ häufig machen werde, ist mir meine Style-Tags einfach hier rein zu kopieren, weil im Prinzip für unseren Use-Case die Styles komplett irrelevant sind. Wer hier Interesse dran hat, kann unten in der Videobeschreibung das Repository angucken und sich die Style-Tags dort durchlesen. Allerdings ist das wirklich absolut rudimentär und nicht wirklich interessant für das weitere Vorgehen. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Browser ansehen, sehen wir hier oben unser Logo und wenn ich da drauf drücke, navigiere ich immer zur Startseite von Naxx. Das bedeutet, wir können jetzt weitermachen mit der Seite. Hier habe ich schon eine Standard-Component von Naxx, nämlich Naxx-Page installiert und das hilft uns, dass wir später ein Routing auf unserer Seite generieren können. Für ein Routing in Naxx brauchen wir ebenfalls eine neue Directory, nämlich Pages. In Pages erzeuge ich mir eine neue Datei, die Index.view. Innerhalb unserer Index.view erzeuge ich mir einmal eine Div-Box, hier drin eine Überschrift und hier eine kleine Beschreibung, außerdem einen leeren Skript-Part. Wenn wir das Ganze jetzt im Browser angucken, sehen wir hier eine Überschrift sowie eine Beschreibung in einem rudimentären Styling und wir können jetzt damit beginnen, unsere Blog-Übersicht zu bauen. Das Erste, was wir brauchen, um eine Verbindung zu unserem Backend herzustellen, also zu Strapi, ist ein Verweis auf useStrapi, also das Package, das Modul, was wir vorhin zu Beginn dieses Parts installiert haben. Hier benutzen wir die Fein-Funktion, um alle Posts unseres Backends zu finden. Hierfür benutzen wir die Standard-Funktion von Naxx für einen asynchronen Data-Fetch, nämlich useAsyncData. Wir wollen ja auf die Posts verweisen, also bezeichnen wir diesen asynchronen Request als Posts und benutzen jetzt die Funktion, die uns unser Modul mitgibt. Das bedeutet, ich rufe hier eine Funktion auf und sage jetzt, ich würde gerne die Fein-Funktion innerhalb unseres Moduls aufrufen. Hier muss ich jetzt einmal bezeichnen, wie unser Datensatz heißt, in unserem Fall Posts. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann könnten wir mithilfe von Data bzw. hier Posts unsere Daten auslesen und das mache ich hier oben einmal. In dem Moment sehen wir auf unserer Startseite, dass wir jetzt unsere Daten aus dem Backend laden. Wir sehen allerdings auch, dass wir hier Data und auch unsere Pagination mitgenerieren und hier können wir noch etwas vereinfachen. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, hinter eurem Find-Request ein Objekt zu starten und hier zum Beispiel ein Transform auf unsere Data-Elemente auszuführen. Das bedeutet, ich kann kontrollieren, ob wir hier drin Data zurückbekommen vom Backend und sofern das der Fall ist, kann ich ein Mapping durchführen, sodass wir hier nicht mehr alles zurückbekommen, sondern nur das, was innerhalb unserer Attributes steht. Sofern das nicht der Fall ist und wir nichts vom Backend zurückbekommen, kann ich hier einfach Null-Return. In dem Moment, wenn ich das mache und wir uns das im Frontend noch einmal ansehen, sehen wir hier, dass wir direkt eine Liste von Posts bekommen und keine Pagination oder andere Kontextinformationen mehr. Je nachdem, was ihr möchtet, könnt ihr hier also ein Transform vornehmen und nur noch die wichtigen relevanten Daten weitergeben. Wir sind hier allerdings im TypeScript-Umfeld. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit zu typisieren und das können wir auch mit Strapi sehr effizient tun. Wir wollen nämlich jetzt unseren Daten-Request, den wir an unser Backend schicken, typisieren. Das bedeutet, hinter unserem Find vor dieser Klammer erzeuge ich mir jetzt einen Verweis auf Strapi-Response, hier Strapi-Based und hier auf Posts und dabei handelt es sich um ein Array. Diese Datentypen existieren aktuell noch nicht und die müssen wir daher hinzufügen. Hierzu erzeuge ich mir innerhalb unseres Frontends einen Ordner Types. In Types generiere ich mir eine Index.ts-Datei und hier generiere ich mir diesen Code, also ein Declare-Global-Objekt, wo wir jetzt unsere einzelnen Typelemente definieren können. Als erstes definiere ich mir hier einmal ein Strapi-Pagination-Objekt, also ein Interface mit Page als Number, Page Size, Page Count und Total. Dann natürlich einfach unser Meta-Objekt in Strapi, also hier Strapi-Meter mit Pagination, wo wir aktuell Strapi-Pagination verweisen. Außerdem haben viele Strapi-Elemente einen Standard-Tag, nämlich jedes Strapi-Element besteht aus einer ID und Attributes. Attributes ist dabei ein Type, also wir wollen den später generisch austauschen können, sofern ihr zum Beispiel nicht nur einen Post habt, sondern zum Beispiel auch ein Comment oder ein Außer, könnt ihr dieses Element immer wieder verwenden. Außerdem wollen wir das definieren, was aus unserem Response zurückbekommt, weil da bekommen wir einmal Data, was in der Regel eine Liste von Strapi-Base-Elementen ist und dann hier ein Meta-Element, wo halt unsere Pagination und gegebenenfalls andere Informationen drinstecken. Außerdem hat jedes unserer Strapi-Elemente standardmäßig Create-Ad, Updated-Ad und Published-Ad, was wir auch benutzen können, um das an alle Elemente dran zu hängen. Wir können uns jetzt nämlich einen Post erstellen und diesen Post um unsere Standard-Attributes erweitern. Also wir extenden unser Interface um diese drei Elemente, die wir hier oben schon definiert haben und können jetzt einen Verweis machen auf die Strapi-Elemente, die wir vorhin erstellt haben, also auf unseren Titel, Slug, Intro und Content. Wenn wir nochmal in den Browser gehen, sehen wir hier, wir haben unseren Titel, wir haben unsere Created-Ad, Updated-Ad, Published-Ad, unseren Slug, unser Intro und unser Content. Wenn wir hier also sehen, haben wir alle Elemente korrekt hinterlegt, können das jetzt abspeichern und in dem Moment haben wir typisierten Output. Das bedeutet, wenn ich jetzt hinter Post zum Beispiel den ersten Post öffne, haben wir hier eine Autocompletion, dass ich, wenn ich jetzt auf den Titel verweise beispielsweise, nur noch unseren Titel zurückbekomme. Damit haben wir eine wirklich gute Ausgabe gebaut und können jetzt weitermachen mit unseren weiteren Elementen bzw. unserer Unterseite. Wir wollen das Ganze hier jetzt anpassen und benutzen daher hier eine Div-Box Posts und in Posts wollen wir jetzt eine Komponente aufrufen, nämlich die Komponente Postsneak. Diese Komponente rufen wir für jeden einzelnen Posts auf und übergeben hier auch den Post an Postsneak, was wir hier allerdings noch nicht drin haben. Wir brauchen ebenfalls noch einen Key, damit View weiß, was wir hier genau machen und verweisen hier auf die ID unseres Posts bzw. wir können hier eigentlich auch direkt auf unseren Titel verweisen. In dem Moment, wenn wir das getan haben, haben wir eine Komponente erzeugt, die allerdings aktuell noch nicht existiert. In unserem Components-Ordner legen wir uns ebenfalls die Komponente Postsneak an. Innerhalb von Postsneak generiere ich mir ein Template, ein Skript und unseren Style-Bereich. Das erste, was wir hier jetzt machen, ist, wir generieren uns Define Props. Hier haben wir die Prop Post mit dem Type Post und das nächste, was wir brauchen, ist ein Link. Dieser Link verweist auf den Slug innerhalb unseres Posts, bekommt eine Klasse für besseres Styling und am Ende vom Tag fügen wir hier noch eine Überschrift sowie unser Intro hinzu und gucken uns das Ganze jetzt mal im Browser an. Innerhalb unseres Browsers sehen wir hier den Link. Wenn ich darauf klicke, verändert sich unsere URL und wir sehen jetzt, dass Test-123 hier oben als URL hinterlegt ist. Das erste, was wir jetzt brauchen, um eine Detailseite unseres Posts zu erstellen, ist unter dem Pages-Ordner eine neue Datei zu erstellen mit einer eckigen Klammer slug.view. Weil Slug ist das, was wir benutzen wollen, worauf wir verweisen wollen, wenn wir unsere URL angucken. Wenn wir das jetzt aufrufen wollen, sage ich als erstes, möchte ich gerne wissen, was für ein Slug diese Detailseite hat. Das können wir in Strapi sehr einfach über useRoute.params. Hier beziehe ich jetzt den Slug und sage jetzt einfach mal, dass ich das im Frontend ausgeben möchte. Hierzu erzeuge ich mir jetzt mal ein H1-Element und genere mir hier die Ausgabe. Wenn ich das jetzt abspeichere und wir uns das im Browser mal ansehen und ich hier aktualisiere, dann sehen wir jetzt, dass unser Slug hier als Datenelement vorliegt. Um jetzt weiterzumachen, müssen wir hier eine weitere Funktion laden, nämlich find1 ebenfalls aus useStrapi, damit wir ein Element aus unserem Strapi-Datensatz laden können. Hierfür benutzen wir ebenfalls wieder die useAsync-Funktion, allerdings diesmal nicht mit post, sondern mit post. Außerdem möchten wir hier natürlich auch wieder auf unsere find1-Funktion verweisen, also auch hier rufe ich wieder unser find1 auf und sage gerne, dass ich hier gerne auf unseren Post verweisen möchte. Wir haben auch hier eine Syntax mit Typisierung, die wir vornehmen könnten und auch hier möchte ich 1 zu 1, so wie wir das gerade gemacht haben, ein Transform auf unsere Data-Elemente vornehmen. Allerdings möchte ich hier direkt auf das erste Element verweisen, weil wir ja wissen, es kann immer nur ein Element geben, unser Slug ist Unique und damit kann es nicht mehrfache Elemente geben. Allerdings habe ich jetzt noch keine Möglichkeit geschaffen, nach unserem Slug zu filtern. Das können wir hier, indem wir ein weiteres Objekt starten und hier haben wir die Möglichkeit, Filter hinzuzufügen. Dazu starten wir so ein Filterobjekt, wie ihr hier seht und das erste, was wir hier machen, ist, wir rufen unseren Namen des Keys auf, nachdem wir filtern wollen, in unserem Fall Slug. Hier drin starten wir wieder ein neues Objekt und können jetzt mit $eq, also equal und dann sagen wir zu Slug, also wir verweisen auf unsere Slug, unser URL und verweisen so unsere Filter-Syntax. Wir können jetzt unseren Post nehmen und den Post gebe ich hier oben einmal aus und speichere das Ganze ab. In unserem Browser sehen wir nun, dass wir auf unseren Titel und die einzelnen Detailinformationen unseres Artikels zugreifen können. Das funktioniert also wunderbar und hier können wir jetzt weitere Informationen zur Darstellung vornehmen. Das erste, was wir machen, ist, wir überarbeiten das Template und erzeugen uns hier einen Artikel, sofern ein Post vorhanden ist. In dem Moment, wenn das passiert, wollen wir gerne hier unseren Intro laden. Das ist ebenfalls eine Komponente, die aktuell noch nicht existiert und die wir eben vornehmen müssten. Das erste, was in dieser Komponente passiert, ist, dass wir hier unsere Properties definieren, weil hier erwarten wir ja auch unseren Post. Außerdem wollen wir ein Published Date in einer vernünftigen Form erhalten und dafür übernehmen wir hier ein Mapping, wo wir auf unsere Props.Post und dann Published Add eingehen und To Local Date String benutzen mit de.de, um ein Datenelement, ein Datumselement zu formatieren. Das Ganze speichere ich mir jetzt mal ab und generiere mir in unserem Template eine neue Div-Box. Innerhalb unseres Intros erstelle ich mir jetzt einmal eine Überschrift, außerdem ein Intro-Element, ein P-Element, wo wir auf den Artikel zum Beispiel einen Blog verweisen und dann auf das Datum, wann es veröffentlicht wurde. Außerdem brauchen wir am Ende noch unsere Überschrift, nämlich Post.intro. Das Ganze speichere ich mir jetzt einmal ab und wir gucken uns das im Browser einmal an. Im Browser sehen wir jetzt, ich habe eine Überschrift, habe hier so eine Unterschrift und habe meinen Intro-Text. Was wir noch nicht haben, ist unseren eigentlichen Content. Unser Content ist jedoch etwas komplizierter und wir müssen hierzu ein Plugin bauen. Was genau ein Plugin ist, werde ich gleich erklären, was wir aber machen müssen, ist das hier zu definieren. Wir sagen also, wir haben ein globales Plugin in dem Verzeichnis Plugin mit dem Namen Markdown. Das sollten wir uns erstmal erstellen. Hierzu lege ich mir einen neuen Ordner an namens Plugin und erstelle mir hier drin eine Datei, nämlich die Markdown.ts-Datei. Bei unserem Content handelt es sich ja um Markdown-Text und den wollen wir formatieren, dass wir korrekt einen HTML-Text daraus bekommen und hierzu verweisen wir auf die zu Beginn dieses Abschnitts installierte Bibliothek Markdown.it. Das nächste, was wir machen, ist, wir erzeugen uns ein Nux-Plugin und hier drin definieren wir als erstes die Syntax, um unseren Markdown-Formatter zu erstellen, also unseren Renderer. Hier sagen wir, dass ich gerne verlinken möchte und auch HTML-Code will, allerdings keine Code-Blöcke darstellen möchte, weil Markdown bietet ja auch die Möglichkeit an, Code zu generieren. Generell möchte ich das jetzt einfach providen unter dem Bezeichner Markdown. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und auch unsere Config abspeichern, haben wir nun die Möglichkeit, unser Plugin überall zu verwenden und damit Markdown zu HTML zu generieren. Unter unserem Components-Ordner erzeugen wir uns eine neue Komponente Content.View, wo wir ein Template und auch ein Skript-Bereich haben. In unserem Skript-Bereich brauchen wir auch hier eine Property, nämlich ebenfalls Content vom Type String. Das erste, was wir jetzt in unserem Template machen, ist, eine Section zu generieren. Innerhalb unserer Section erstellen wir jetzt HTML-Code. Hier drin verweisen wir auf unser Markdown-Plugin und erzeugen uns jetzt den Renderer. Hier drin verweisen wir auf unsere Property Content und speichern das Ganze jetzt ab. Das letzte, was wir jetzt machen müssen, ist unter unserem Intro unseren Content aufrufen und hier die Property Content über unseren Post befüllen. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann sehen wir innerhalb unseres Browserfensters, dass unser Content korrekt geladen wurde. So sieht das Ganze ein bisschen komisch aus, aber wie sieht das denn aus, wenn wir da richtige Daten reinfüllen? Wenn wir als Beispiel in Strap jetzt mal einen vernünftigen Text in unseren Blog reinkippen, dann können wir uns das Ganze mal ein bisschen schöner im Browser angucken. Wir sehen jetzt, wir haben hier eine bessere Überschrift. Wenn ich darauf klicke, generieren wir auch einen vernünftigen Pass und wir haben hier weiterhin wunderbaren Content, wie ihr seht, mit Überschriften und allem, was dazugehört. Generell haben wir jetzt schon den Punkt erreicht, dass wir ein komplett funktionierendes Front- und Backend haben. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Server und wie wir das Ganze wirklich bereitstellen. Und damit geht es gleich weiter. So, dann legen wir mal los mit dem vierten Teil dieses Videos. Ihr seht hier die Seite von Ajonos und hier nochmal herzlichen Dank an Ajonos für das Sponsorn des heutigen Videos. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr genau hierhin kommt. Aber warum benutzen wir einen Cloud-Server? Bei Nuxt und auch bei Strapi handelt es sich um Node.js-Anwendungen und daher können wir nicht einfache Web-Server verwenden, sondern brauchen irgendeinen wirklichen Server, auf dem Linux läuft, wo wir jede Menge Einstellungen vornehmen können. Das Schöne an Cloud-Servern ist allerdings in dem Moment, dass wir voll skalierbar sind und ihr sehr günstig starten könnt. Das seht ihr auch, wenn ihr hier unten auf die Tarife klickt und wir hier mal angucken, was hier möglich ist. Der günstigste Cloud-Server hier oben, der Cloud-Server XS, kostet euch 5 Euro im Monat und ihr könntet jederzeit diesen Server nehmen und hochskalieren. In Echtzeit, während eure Anwendungen laufen, auf 24 Kerne mit 48 GB RAM. Das würde euch dann natürlich viel mehr kosten, aber diese Leistung steht euch Potenzial zur Verfügung, wenn ihr einen solchen Server nutzt, ohne dass ihr eure Anwendungen runterfahren müsst oder irgendetwas vereinfachen oder umstellen müsstet. In meinem Fall möchte ich damit aber gar nicht erst loslegen, sondern wir nehmen hier so einen guten Mittelweg, nämlich den Cloud-Server M mit zwei V-Corn und 2 GB RAM, 60 GB Speicher. Das reicht uns dicke. Hier klicke ich jetzt auf Konfigurieren. Das Erste, was wir hier machen, ist unser Betriebssystem einzustellen. Wir wollen natürlich Linux nutzen. Windows sollte man wirklich nur verwenden, wenn man hier einen wirklichen Use Case hat. Unser System, das wir verwenden wollen, ist allerdings nicht reines Ubuntu. Auch wenn euch hier jede Menge Distributionen bereitstehen, wollen wir hier eine Software benutzen, nämlich Plex. Das empfehle ich jedem, der in irgendeiner Form mit Webentwicklung anfängt beziehungsweise mit vor allem der Webadministration oder Linux im Allgemeinen noch wenig am Hut hat. Hier würde ich empfehlen, eine Software zu verwenden. Plex ist dabei sehr einfach und übernimmt viele auch sicherheitskritische Aufgaben für euch, die ihr normalerweise selbst machen müsstet. Also ich würde das jedem empfehlen, der gerade anfängt. Ihr spart euch damit eine Menge Arbeit. Wenn ihr aber ein bisschen rumspielen wollt, könnt ihr natürlich auch Ubuntu benutzen. Als nächstes müssen wir natürlich noch unser Rechenzentrum auswählen. Ich finde, Berlin ist ein bisschen weit weg von Köln, deswegen nehme ich Baden-Baden, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das dichter dran ist. Hier sehen wir jetzt noch einmal eine Zusammenfassung von den Kosten, die auf euch zukommen. Wir sehen, wir haben 16 Euro pro Monat maximal, aber wir kriegen hier auch nochmal den Hinweis, dass dieser Rechnungsbeitrag wirklich der Maximalbeitrag ist. Wenn ihr weniger verwendet oder eure Cloud-Instanz verkleinert, zum Beispiel über Nacht auf XS oder so etwas, dann würde das natürlich weniger werden. Prinzipiell habt ihr aber 100 Euro Startguthaben im ersten Monat. Was heißt, dieser Server kostet euch im ersten Monat gar nichts und ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das bedeutet, ihr könnt dieses Tutorial folgen, auch ohne, dass ihr danach einen Server betreiben wollt. Wenn wir hier auf Details klicken, sehen wir das auch noch einmal, dass wir unsere korrekten Daten benutzen, unser Rechenzentrum. 16 Euro im Monat, keine Mindestlaufzeit. Also ihr könntet direkt wieder kündigen und natürlich Abrechnungszeitraum monatlich. Was wir in diesem Video nicht berücksichtigen, eine Domain. Ich werde hier keine Domain machen, wir werden uns eine kleine Test-Domain erstellen, eine technische Domain. Wer hier eine Domain haben möchte für seinen Server, sollte hier natürlich auf Domain hinzufügen drücken und den Prozess ebenfalls durchmachen. Angekommen in meiner Benutzeroberfläche müssen wir gar nicht viel machen. Das Einzige, was hier bei euch wahrscheinlich nach einigen Minuten aufpoppt, ist dieser Reiter Server und Cloud. Da drücke ich jetzt einmal drauf. So, angekommen in der Web-UI von unserem Cloud-Panel auf Ioners, finden wir jetzt eine Reihe von Informationen. Das Wichtigste, unser Server sieht hier unten schon gut aus, der wurde registriert, ist Up and Running und wir sehen auch hier die IP-Adresse für diese Servers. Prinzipiell habt ihr hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten, einmal eure Kosten zu überwachen, aber auch weitere Features hinzuzubuchen, wie zum Beispiel ein Block Storage, wenn ihr größere Datenmengen verwalten wollt, oder auch Netzwerkeinstellungen, Firewall, Load Balancer oder sowas, wenn ihr die Last zwischen verschiedenen Servern aufteilen wollt und all solchen wichtigen Einstellungen könnt ihr hier vornehmen. Prinzipiell bei uns spielt sich aber alles in diesem Server-Reiter ab und hier, wenn wir unseren Server öffnen. Aber was sehen wir denn hier für wichtige Informationen? Grundsätzlich die beiden wichtigsten Informationen ganz zuerst, nehme ich einmal hier oben unsere IP-Adresse und hier an der Seite die Auslastung unseres Servers. Hier seht ihr, wie stark euer Server ausgelastet wird und ob es sich lohnt, abzugraden oder downzugraden. Hier könnt ihr eine ganze Reihe von Einstellungen vornehmen. Für dieses Tutorial sind aber andere Informationen deutlich wichtiger, wie zum Beispiel diese URL hier. Wenn ich darauf klicke, öffnet sich Plex, hier seht ihr schon das Login-Fenster und die Informationen, die ihr braucht, um euch hier anzumelden, findet ihr ebenfalls in der Admin-UI. Hier wählt ihr nämlich über Nutzernamen Root und hier könnt ihr natürlich das Passwort anzeigen, was ich natürlich in diesem Video nicht mache, auch wenn dieser Server aktuell gar nicht mehr existiert, also der wurde von mir schon wieder gelöscht. Daher ist es auch egal, dass hier IP-Adressen oder sowas drin kommen, die stehen hier eh im Internet. Prinzipiell loggen wir uns jetzt mal ein, aber das ist das nächste Kapitel, also weiter geht's mit Part 5. Das Erste, was man natürlich machen muss, wenn man mit Plex arbeiten möchte, ist sich anzumelden. Hierzu drücke ich jetzt einfach mit dem Benutzernamen Root und unserem Passwort auf Login und in dem Moment befinde ich mich schon in der Admin-UI von Plex. Das ist auf eurem Server und hier habt ihr alle möglichen Einstellungen, alles zu machen, was ihr so wollt. Prinzipiell habt ihr hier die Möglichkeit, neue Features zu installieren und das ist auch das Erste, was wir machen müssen, weil wir brauchen Node-Jazz. Um das zu installieren, gehen wir hier unten auf Extensions und suchen jetzt einfach nach Node. In dem Moment sehen wir hier schon Node.js Toolkit, aber auch andere interessante Features wie Docker zum Beispiel könnt ihr ebenfalls verwenden. Wir wollen aber Node und in dem Moment installieren wir uns das. In dem Moment ist es jetzt installiert und wir können jetzt auf Domains gehen und hier ist unsere erste Aufgabe, eine Domain hinzuzufügen. Wir haben ja keine richtige Domain bestellt, deswegen gehen wir hier auf Domain, wählen jetzt aber nicht Blank-Weck-Site einfach mit einer Registrate-Domain-Name aus, sondern einer temporären Domain-Adresse. Das ist rein für die Technik und sollte von euch auf gar keinen Fall produktiv genutzt werden, weil das zu eine ganze Menge Fehlern führt. Wenn ihr bei euch eine Domain ausgewählt habt, würdet ihr hier schon eine Domain sehen, wenn ihr euren Server betreiben wollt. Grundsätzlich sage ich jetzt, okay, ich möchte das jetzt erstellen, muss hier auch keine weiteren Einstellungen vornehmen und das läuft jetzt kurz durch und erstellt unsere Domain, damit wir damit arbeiten können. So, wie wir sehen, wurde unsere Domain jetzt erstellt und ich kann auch, wenn ich hier drauf klicke, diese Domain im Internet öffnen, sehe allerdings aktuell noch, dass wir keine sichere Verbindung hergestellt haben, also HTTPS noch nicht funktioniert. Das ist ziemlich einfach zu umgehen und zwar können wir hier auf dieses Feld klicken und in dem Moment einfach sagen, wir würden das Ganze einmal gerne reloaden. Das bedeutet, wenn ich das jetzt hier nochmal öffne und nochmal neu lade, dass wir jetzt dieses Fenster bekommen. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um eine Technik, also eine technische Domain und man sollte das nicht produktiv nutzen. Das ist auch kein echtes HTTPS-Zertifikat, sondern das ist eine reine technische Preview. Deswegen gehe ich jetzt hier auf Preview und jetzt haben wir eine saubere Domain und jetzt sehen wir hier wieder unsere Standardseite und können loslegen, unsere Webseiten zu hosten. Auf unsere Übersicht müssen wir jetzt allerdings noch eine zweite Domain hinzufügen. Hierzu gehe ich auf Add Domain und erstelle mir jetzt eine Subdomain für unsere Seite. Diese nenne ich einfach API, weil das ist das, was wir später mit Strapi machen wollen. Deswegen klicke ich jetzt hier auf OK und in dem Moment wird unsere Subdomain ebenfalls erstellt. Auf unserer Übersicht haben wir jetzt eine etwas andere Darstellung und wir können jetzt damit beginnen, Strapi zu hosten. Dafür gehe ich auf API. und dann unsere technische Domain, öffne das und in dem Moment möchte ich hier auf Files gehen. Hier möchte ich jetzt einmal unsere Index.html löschen und jetzt alle Dateien aus unserem Verzeichnis für unser Backend hochladen. Das kann ich einfach per Drag & Drop machen und wir sehen, wir laden jetzt alle möglichen Dateien hoch, die wir im Laufe unseres Prozesses erstellt haben. So in dem Moment, wenn hier alles hinzugefügt wurde, gehen wir noch einmal zurück auf unsere Domain. Nachdem wir unsere Dateien hochgeladen haben, starten wir jetzt damit, Node.js einzurichten. Ihr seht hier schon den Reiter Node.js. Sofern das bei euch nicht existieren sollte, klickt ihr hier auf Install Application und wählt hier Node.js aus. Wenn ihr das getan habt, landet ihr auf dieser Übersicht. Hier habt ihr alle Möglichkeiten, eure Umgebung für Node.js anzupassen. Das bedeutet als erstes die Version anzupassen, sodass die Version, die ihr auch verwendet, hier verwendet wird. Ich würde euch wärmstens empfehlen, dieselbe Version auf eurem Server zu installieren, die ihr auch lokal zum Entwickeln bewendet. Dann können wir den Packet Manager auswählen. MPM passt für mich. Document Root passt. Das sollte hier auf das Verzeichnis weisen, wo ihr eure Dateien auf eurem Server installiert habt. Das Application Mode, die Einstellung würde ich aktuell auf Development stellen. Sobald ihr das dann in Produktion nutzen wollt, auf Produktion, so sehen wir halt Fehlermeldungen besser. Deswegen würde ich das machen. Application URL könnt ihr eh nicht verändern. Das ist die URL. Die Application URL könnt ihr nicht editieren. Das ist einfach die URL, unter der eure Anwendung verfügbar ist. In unserem Fall halt API Punkt und dann unsere Fake Domain. Und unseren Application Route lege ich ebenfalls auf denselben Dateinamen, wie auch unsere eigentlichen Document Route. Das nächste, was wir hier machen wollen, ist, wir wollen unsere Application Startup editieren, weil wir haben hier unsere Server.js Datei, die wollen wir benutzen. Und jetzt enable ich Node.js. In dem Moment, wenn ich das tue, muss ich hier einmal noch NPMI ausführen, damit unsere Dateien installiert werden. Wenn wir das getan haben, können wir jetzt hier hingehen und unser Projekt einfach mal restarten. Mehr seht ihr hier nicht, mehr passiert nicht. Wir können jetzt aber mal unsere Umgebung öffnen. In dem Moment, wenn wir das tun, sehen wir hier allerdings einen Fehler. Und zwar haben wir irgendwas nicht korrekt editiert. Diesen Fehler werdet ihr wahrscheinlich bekommen, weil in unserem Fall haben wir keine Verbindung zu einer Datenbank erzeugt und das sollten wir definitiv machen. Auf dieser Übersicht habt ihr nämlich die Möglichkeit, hier oben Databases zu erschaffen. Wenn wir das tun, sagen wir, wir wollen eine neue Database hinzufügen. Und wie nennen wir die? In unserem Fall einfach Strapi. Außerdem haben wir eine Related Site. Das ist unser API Punkt und dann unsere Domain. Und hier sagen wir, wir wollen einen Datenbanknutzer erstellen. Ich sage hier jetzt einfach, der Nutzer heißt Strapi. Das Passwort generieren wir und ich kopiere mir das einmal. Zack, wie gesagt, für dieses Tutorial ist das irrelevant. Der Server existiert nicht. Also auch wenn ihr dieses Passwort benutzen wollt, das wird bei euch nicht funktionieren. Das nächste, was wir machen wollen, nur Local Connections zulassen, also wirklich nichts anderes machen, weil unsere Anwendung läuft local und es gibt keinen Grund, dass sich jemand extern mit unserer Datenbank verbinden soll. In dem Moment sagen wir hier OK. Zur Information habt ihr hier eine Möglichkeit, eure Datenbank mit PHP My Admin anzugucken oder aber mit Connection Info die Informationen, die ihr braucht, zu editieren. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen, die wir jetzt unserer Node Application hinzufügen müssen. In dem Node Editierungsfenster ist hier unten nämlich Custom Environment Variables. Hier klicken wir jetzt auf Specify. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, Variablen hinzuzufügen und das mache ich jetzt einmal. In dem Moment habe ich jetzt alle wichtigen Informationen hinzugefügt. Einmal die Standardinformationen, die in der .env-Datei bei der Generierung von Strapi bei eurer lokalen Dateiverzeichnisse hinzugefügt wurden und dann die wichtigen Informationen einmal, dass wir den Database Client MySQL nutzen wollen. Dann natürlich Database Passwort und Zernahme Port und URL. Diese Informationen, wie gesagt, könntet ihr im Fenster der Datenbanken angucken. Hier drücke ich jetzt einfach auf OK und wir restarten einmal unsere Applikation. Jetzt sollten wir hier die Startseite von Strapi sehen, wo auch Production steht, sofern ihr eure Anwendung im Production Environment gestartet habt. In dem Moment, wenn wir jetzt admin.au.register-admin aufrufen, sehen wir hier unser Formular zum Erstellen eines Admin Accounts. In dem Moment gebe ich hier jetzt Fake Daten ein, aber ihr solltet natürlich die richtigen Daten von euch eingeben und wir sagen jetzt, erstelle mir einen Account. In diesem Moment landen wir auf dieser UI, die euch ja schon bekannt vorkommt und das Erste, was wir hier jetzt machen, ist, wir gehen auf Settings, gehen hier, wie zu erwarten, auf Roles, hier auf Public und stellen als erstes mal Find und auch unsere Find One frei, sodass wir die von unserer Frontend Instanz abrufen können. Wenn wir das getan haben, gehen wir jetzt hier mal auf Content Builder. Hier in unserem Content Builder sehen wir jetzt, dass wir nichts mehr editieren können, sondern nur noch eine Übersicht unserer aktuellen Datensätze haben und innerhalb von unserem Content Manager erstellen wir uns jetzt einen neuen Post. Hier können wir aber noch etwas mehr machen als das, was wir zu Beginn gemacht haben. Wir können nämlich jetzt hier unser Model konfigurieren, das machen wir jetzt und in dem Moment kann ich meinen Titel editieren, zum Beispiel sagen, der ist 100%, kann hier einen Placeholder setzen oder eine Beschreibung, Titel der Seite. In dem Moment, wenn ich das abspeichere, mache ich das auch mal für die anderen Elemente. Hier sage ich auch 100%, unser Intro ist ebenfalls 100% und speichere das Ganze ab. Hier sage ich jetzt OK, Confirm und in dem Moment gehen wir zurück und editieren jetzt unseren Post und wir sehen jetzt, hier haben wir einen Hinweis, hier oben haben wir ein Label und ihr könntet so zum Beispiel in euren Admins oder fachlichen Editoren deutlich mehr Feedback geben als das, was wir machen. Um keine weitere Zeit zu verlieren, habe ich hier schon mal zwei Artikel vorbereitet. Wie wir das gerade auch im Tutorial gemacht haben, habe ich diese Werte einfach befüllt und wir können diese Artikel jetzt aufrufen innerhalb unseres Frontends. Dieses müssen wir allerdings erstmal hosten und damit machen wir jetzt weiter. Für unser Frontend muss ich auch einfach die Dateien hochladen. Ganz wichtig ist natürlich unter der richtigen Frontend Domain und hier lade ich einfach alle Dateien hoch, die in dem Punkt Output Ordner generiert werden. Natürlich unsere Main.js, unsere Package Log und die Package JSON. Diese Dateien brauchen wir und im Anschluss können wir in dem Node.config unseres Frontends weitermachen. Ich habe hier schon mal alle wichtigen Einstellungen getroffen, weil sich die kaum bis gar nicht von dem unterscheiden, was wir gerade auch für Strapi machen mussten. Ich habe auch hier die Node-Version konfiguriert, ich habe auch hier Produktion gesetzt, habe die Application Route angepasst, habe Main.js hinzugefügt und halt nicht die App.js und ich habe eine Custom Environment Variable hinzugefügt, nämlich hier die Strapi URL, die aktuell auf unsere wirkliche Strapi Instanz zeigt, also auf unsere .api Adresse. In dem Moment, wenn wir das getan haben, sollten wir hier schon eine Preview unserer Seite sehen und wenn ich das hier öffne, in dem Moment sollte jetzt unser Blog korrekt geladen werden und auch wenn ich die Artikel benutze, also ich hier rüber navigiere, sollten wir wie gewünscht unseren Artikel sehen, so wie wir ihn vorbereitet haben. Grundsätzlich sind wir damit auch schon am Ende dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Gerne können wir auf diesem Tutorial aufbauen und viel komplexere Systeme machen mit einem Login-Prozess oder so etwas. Schreibt das gerne in meine Videokommentare, wenn ihr hierzu mehr hören wollen würdet. Ansonsten findet ihr alle wichtigen Links in der Videobeschreibung. Nochmal einen herzlichen Dank an Aionos für das Sponsor des heutigen Videos und wir machen jetzt weiter. Bis dahin viel Spaß und ciao.